Bei der heutigen Ausgabe von Wie gut wird kommen wir zum Sohn des ehemaligen Berliner Trainers Pal Dadaj, wobei der war ja schon ein paar Mal Berliner Trainer, vielleicht ist er jetzt gerade, wo die Aufnahme kommt oder ihr das Video sieht wieder, aber Spaß beiseite. Es geht um das junge deutsch-ungarische Talent Marton Dadaj und ich finde es immer ein bisschen unfair, wenn man ihn immer so ein bisschen vergleicht mit dem Vater oder nur über ihn spricht, ich habe es jetzt genommen bei der Anmoderation, aber wir versuchen jetzt nur 100% oder wir werden jetzt uns 100% nur um den jungen Mann kümmern und der Vater ist in diesem Fall jetzt gerade nicht ganz so wichtig. So, das ist auf jeden Fall ein interessanter Bursche, wie ich finde, er hat jetzt sehr, sehr gute Anlagen in meinen Augen physisch, was ich auch sehr besonders finde, da hat er überall genau die Fähigkeit 13 da sieht man auch selten so ein Zufall und auch in den wichtigen Fähigkeiten eines Indiviteiligers Deckung 12, Tackling 14, Stellungsspiel 12, er hat auch eine gute Technik, eine gute Übersitzung, ein gutes Passspiel, also er kann auch mit dem Fuß was feinet machen und ja, sein Dribbling ist auch bei 11 allgemein mental sehr, sehr stabil, muss man sagen, alles auf einem sehr, sehr guten Niveau und es stellt sich halt die Frage, wird er in zehn Jahren etwa, ja, das praktisch verwalten, was er jetzt schon kann oder schafft er noch hier und da zwei, drei Punkte stärker zu werden, weil wenn man sich mal anguckt, so zwei, drei Punkte in einigen Fähigkeiten würde aus diesem guten, ordentlichen Erstligaspieler einen mit internationaler Klasse machen und dann wäre das natürlich eine super Verpflichtung für nur 4,4 bis 13 Millionen Euro und deswegen bin ich umso gespannter, wie er da mit 29 Jahren aussehen wird, ich hoffe ihr auch. Leider ist Martin Dardai, klar, er ist ein ungarischer Nationalspieler geworden, hat immerhin 27 Länder Spieler, sein Marktwert konnte leicht steigen, auch sein Gehalt natürlich, aber an sich, wie ihr seht, vor allem Techniv, überall schwächer geworden, wenn überhaupt, wurde er halt schwächer, nirgendwo stärker, mental gut, seine Führungsqualitäten sind um zwei Punkte gestiegen, seine Sprunghöhe um zwei, aber ansonsten kann er nirgendwo wirklich, also er hat sich eigentlich überhaupt nicht entwickelt innerhalb von zehn Jahren und klar, er ist weiterhin ein ordentlicher Spieler, absolut, den man sich auf jeden Fall holen kann, je nachdem wie hoch die sportlichen Ambitionen sind, ist das ein guter Ergänzungsspieler zum Beispiel, oder ordentlicher Erstligastammspieler, den man mal haben kann, um jetzt auf jeden Fall nichts mit dem Abstieg zu tun zu haben, das ist klar, egal was für eine Topliga. Er spielt jetzt bei Calgary, ist Stammspieler, war davor auch Stammspieler bei Leverkusen, davor auch in Berlin, also an mangelnder Spielpraxis hat es ihm auf jeden Fall nicht gefehlt, das kann also nicht unbedingt der Grund gewesen sein für diese eher enttäuschende Entwicklung, zumal er auch mit Leverkusen einen Verein hatte, der schon ganz gut entwickeln kann, aber ja, der ganz große Durchbruch ist ihm nicht gelungen und ihr habt ja gesehen, mit 19 Jahren war er mit so vielen Fähigkeiten kurz davor, also nur ein, zwei Punkte entfernt von der Stärke 16 und er hat es trotzdem geschafft, sich so zu entwickeln oder halt nicht positiver Natur zu entwickeln, dass er trotzdem nirgendwo die Fähigkeit 16 erreicht hat, also das macht mich gerade persönlich ein bisschen aggressiv, ich will, dass er wenigstens, er kommt wenigstens die Sprunghöhe auf 16, also das sollte doch möglich sein. Ja, aber Spaß, weil er ist jetzt kein Spieler, der sich wirklich großartig entwickelt, also er war wahrscheinlich schon mit 19 Jahren hier im Spiel zumindest auf dem Zenit seines Könnens, trotzdem allemal ein ordentlicher Spieler, der für nicht allzu viel zu haben ist, hat auch eine ordentliche Größe mit 1,88, kann sogar auf dem linken und ich denke auch auf dem rechten Flügel, wenn man ihn dazu umschult. Spielen auch im defensiven Mittelfeld, ich würde sogar sagen, auch im zentralen Mittelfeld und sogar offensiv, wenn man sich mal sein Passspiel und sein Flair anguckt, also er ist schon jemand, der eher variabel einsetzbar ist, gut, allzu gut im Torschuss wird er nicht sein, aber trotzdem, das drumherum, das kann ja an sich, muss man sagen, mehr oder weniger alles ganz ordentlich und ja, das war's dann mit Martin Dadai, vielen Dank für immer fürs Zugucken und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, macht's gut, tschüss Sikowski!